Der Descent Modus ist erschienen in der Division 2. Jetzt jeder kann separat für sich denken, ob er gut ist oder schlecht ist. In diesem Video geht es darum, dass Sie Sachen hinter dem Descent Modus versteckt haben. Welche Sachen das sind, alles in diesem Video. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Giles und ich begrüße dich zurück zu einem Video in der Division 2. Wie in der Einleitung gesagt, es geht heute um den Descent. Ich habe mich jetzt ein paar Tage damit beschäftigt und es war halt auch eine rege Diskussion bei mir auf dem Discord. Über den Modus, wie lange das dauert und so weiter und so weiter. Zu dem kommen wir gleich. Um was es in diesem Video geht ist und zwar, man hat uns etliche Sachen hinter dem Modus versteckt. Ja, es steht zwar in den Patch Notes drinnen, ich habe aber auch ein bisschen ganz genauer schauen und dann auf Reddit irgendwo was gefunden. Aber ich zeige euch, um was es geht. Das allererstes, was man einmal im Descent versteckt hat oder was man dort halt gelockt hat, sind Sammelobjekte und zwar Funksprüche. So wie ich es verstanden habe, gibt es bei jedem Kill von Nemesis ein so ein Audio. Ob das jetzt wöchentlich ist oder nicht, weiß ich nicht. Also hier bei dem weiß ich es nicht, ob ich jetzt Nemesis wöchentlich killen muss oder wie auch immer und es sind zwölf Audiodateien. Die wir brauchen. Einen habe ich schon, wie man sieht. Die anderen noch nicht. War auch nicht wirklich viel unterwegs im Moment in der Division 2. Ist aber halt was, was ich halt über die Zeit mir irgendwie erfahren werde. Das zweite, was man uns hier drinnen versteckt hat und das finde ich eigentlich eher ein bisschen wilder. Und zwar, das zeige ich euch. Ihr geht hier in die Werkbank und ihr werdet merken, so wie bei mir, ich habe 379 von 414 Blaupausen. Mir fehlen 35 Blaupausen. Welche Blaupausen sind das? Das sind benannte Item Blaupausen. Ich blende euch jetzt mal einen Screenshot ein. Das ist vom Screw, der dort eine Blaupausen bekommen hat im Descent und wie man sieht, das ist die Dark Winter. Das heißt also, wenn man hier hinein sieht, ich schaue jetzt bei mir zum Beispiel nach. Ich habe bei den Schrotflinten, nee bei den Maschinenpistolen 8 von 10 und bei ihm stand dann 9 von 10. Das heißt, er hat schon eine mehr, zwei gibt es und es ist auch hier gar nicht angezeigt, welche. Mir fehlen zwei Schrotflinten. Da ist, ich sehe auch gar nicht mal, was mir fehlt. Vier Gewehre. Man sieht gar nicht mal hier, was ja normalerweise sonst ist. Man sieht sonst, was man hat und dann steht meistens dabei, man hat die Blaupause, man hat die Blaupause nicht. Und wo sie sie gibt. Normalerweise, ich habe eigentlich, ich habe angenommen, ich habe alle Blaupausen, habe ich aber nicht. Denn die haben sie uns eben in den Descent-Modus versteckt, ganz einfach. Das ist dahinter gelockt. Man sieht eh beim Brustschutz hier fehlen auch etliche, fünf Stück und so weiter. Ihr könnt also bei euch selber schon Handschuhe, keine. Da habe ich 36 von 36, also hier müsste ich eigentlich alle haben. Man sieht es eh oben. Und hier habe ich alle, aber so wie bei den Brustschutz eben. Hier fehlen mir welche, wenn ich sehe 19 von 24. Ja, doch etliches. In Summe 35 Blaupause, die mir fehlen. Jetzt habe ich am Discord heute gefragt, oder wir haben uns gegenseitig mal irgendwie versucht, das raus zu eruieren. Wie bekommen wir jetzt eigentlich diese Blaupausen? Ich muss hier jetzt ein bisschen mitlesen, seitlich. Also nicht unanwendig wegsehe, denn ich habe es mir aufgeschrieben. Es ist so, ihr habt ja ein Weekly-Projekt. Also hier drinnen gibt es ein Projekt. Das ist der Abstieg. Ich blende mich mal kurz aus, damit man das auch sieht, was da dahinter ist. Und zwar hier steht, Experten-Belter, Anfertigungs-Belter, Exo-Belter, Wiederhergestellter-Belter und Sammel-Objekt. Das Sammel-Objekt, das sind die Audios. Jetzt bin ich mir eben nicht sicher, ob es jetzt ein Weekly ist. Wenn ich es jetzt einmal kille, bekomme ich es einmal in der Woche oder bei jedem Kill. Konnte ich auch bis zum jetzigen Zeitpunkt des Videos nicht herausfinden, wie es ist. Ja, also keine Ahnung. Und ebenso wie diese wiederhergestellten Behälter, um die geht es nämlich, die brauchen wir für diese Blaupausen. Jetzt ist es so, die droppen einmal in der Woche bei dem Weekly-Projekt. Aber, und jetzt kommt es, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Es sieht so aus, mit diesen Behältern. Ab dem Loop 40 gibt es 100%ig eine Blaupause. Ab Loop 32, ab Loop 31 eine 49%ige Chance. Und darunter, wenn man den Nemesis killt, hat man eine direkte 12%ige Chance auf Blaupausen. Jetzt schaut es aber so aus. Wenn ich sage, okay, ich kille Nemesis, ich habe 12% Chance auf eine Blaupause. Die 12% habe ich ja jedes Mal. Es wurde mir ausgerechnet und wurde gesagt, wenn du 45 Minuten bis Nemesis inklusive Kill spielst, brauchst du dann 292 Kills. Das heißt, knapp 219 Stunden für alle Blaupausen. Wenn die aber wirklich mit 12%iger Chance droppen würde, das macht sie aber nicht. Weil er berechnet es ja jedes Mal neu. Wenn ihr einmal gekillt habt, hat er dir die 12% Chance, fängt ihr wieder an, habt ihr wieder nur die 12% Chance. Er sagt also nicht, okay, du hast jetzt 11 Mal gekillt oder 12 Mal gekillt und das nächste Mal, warte, dann kriegst du die jetzt, weil du hast ja die 12% Chance. So funktioniert das Spiel nicht, sondern er berechnet ja die Chance jedes Mal. Also wenn du Pech hast, kannst du auch 1000 Mal Nemesis killen und bekommst sie nicht einmal. Weil du hattest ja immer 12% Chance. Also abgesehen, so diese Berechnung. Das zweite ist, wenn ich jetzt davon ausgehe, okay, ich kriege sie bei Level 40. Also bei Level 40 kriege ich jetzt eine 100%ige Blaupause. Es hat jemand bis Loop 32 gespielt, habe ich mir aufgeschrieben. Und der war 10 Stunden und 30 Minuten unterwegs. Der war noch nicht mal bei 40. Das heißt, der hatte über 10 Stunden in diesem Modus verbracht und war immer noch nicht bei der 40, wo es das 100%ig geben würde. Ja, also wirklich saumies meiner Meinung nach, die da drinnen zu verstecken in Anführungszeichen. Ja, es wurden Diskussionen bei mir im Discord geführt. Ja, wenn man es haben will, dann muss man es halt machen und so weiter. Ja, 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 alles gut. Auch der Modus ist nicht schlecht. Um das geht es nicht. Ich finde den Modus auch gut. Aber ich habe keine Speicherpunkte und ich habe wirklich keinen Bock, jetzt täglich da 5 Stunden reinzurennen und ich brauche 35 Blaupausen oder länger reinzurennen. Ja, ich würde den Spiel nach Nemesis killen, ich würde dann auch die Loops weiterspielen, aber ich hätte gerne einen Savepoint. Denn, und hier muss man auch nochmal weiterreden, wenn das Spiel crasht, du einen Disconnect hast oder sonst irgendwas, ist der Fortschritt komplett weg. Wir kennen das und das Spiel immer noch leider, in meinem Stream gestern 2 oder 3 Mal, dann friert es einfach. Ja, oder ich habe einen kritischen Fehler und das war es und das Spiel schließt sich. Würde ich jetzt 9 Stunden unterwegs sein oder von mir aus auch nur 4 Stunden oder 5 Stunden unterwegs sein und du verlierst deinen kompletten Fortschritt, geht jeder Enrage. Okay, weil du spielst 5 Stunden für nichts, das hat einmal gar nichts gebracht. Und dass die Audios noch hineingetan haben, das verstehe ich. Okay, dass man sagt, okay, komm, schau, dass du wöchentlich einmal killst, sind 12 Wochen, ist auch lang, 3 Monate, einmal in der Woche killen, finde ich in Ordnung, das passt. Aber, jetzt diese Blaupausen, das sind 35 Stück, ja, und ich gehe jetzt nicht von der 100%igen Chance aus, dass ich bis Loop 40 komme. Ja, ich bin mir ehrlich, einige von euch kommen nicht mal einmal zu Nemesis oder killen Nemesis. Ich habe es heute probiert, ich war in knapp 35 Minuten bei Nemesis und Nemesis hat mich dann gewohnschottet, wo auch immer. Ich konnte nicht einmal darauf schießen und Nemesis hat mich gewohnschottet, keine Ahnung warum, aber es war halt so. Solche Läufe gibt es dann halt auch und wie gesagt, nur 12%. Ihr habt 12% Chance auf eine dieser Blaupausen. Ich finde es total unnötig, denn vor allem auch, wenn ich sage, ich brauche eine Dark Winter Blaupause, müsste ich, weiß nicht wie viele Stunden oder zig hunderte Stunden dann schon reingehen. Ne, da hole ich mir es lieber selber aus der Dark Zone, ja, oder gehe, obwohl ich keine Dark Zone spiele, ja, oder ich hole es mal aus dem benannten Behälter. Ist viel gescheiter, ich hole mir dort schon eine fertige Waffe und dann tue ich sie halt irgendwie rekonfigurieren oder was, ja. Als dass ich mir hier über 100 Stunden oder mehr diese blöden Mist Blaupausen dort besorge. Warum macht ihr diese Blaupausen nicht auch bei Kontrollpunkten von mir aus? Kontrollpunkte 50-50 Chance von mir aus. Ja, einmal droppt sie, einmal droppt halt keine. Macht ihr doch immer so massiv, warum macht ihr das jetzt nicht? Warum versteckt ihr diese Blaupausen hinter dem Modus? Der Modus ist gut, ja, finde ich, aber ich möchte nicht hunderte Stunden spielen einfach. Und dann, die Belohnungen selbst sind sowieso Mist, ja, nur für diese blöde Blaupause. Ja, also keine Ahnung, warum sie das gemacht haben. Ich lese jetzt gerade noch ein bisschen nach, ob ich noch irgendwas aufgeschrieben habe. Ne, habe ich eh nicht. Aber das finde ich halt echt ein totales Unding einfach, dass sie hier diese Teile einfach da drinnen verstecken. Sage ich euch so, wie es ist. Ist ein Unding meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für die Blaupausen renne ich wirklich nicht hunderte Stunden diesen Modus. Sorry. Ja, und einige von euch haben auch schon diese ganze Descent-Währung voll. Die haben 4.000, 5.000 von dieser Währung umliegen, können nichts damit machen, weil sie schon alles abgegradet haben. Selber, wir haben jemanden, der rennt permanent Descent und der hat erst drei Blaupausen. Und der schläft schon fast da drinnen. Ja, also müsst ihr euch mal vorstellen, wie lange das dauert für 35 Blaupausen. Ja, also keine Ahnung, ob sie das noch verändern könnten oder so. Ja, den Descent selber mit Speicherpunkt können sie nicht mehr machen. Das ist zu spät. Das hätten sie bei der Grundprogrammierung machen müssen. Weil wenn ich jetzt alleine spiele und ich habe den Speicherpunkt, das joint jemand, dann hat der kein Gear und so weiter. Wir kennen diese Probleme. Das heißt, diese Speicheroption, denke ich mal, wird nie kommen, weil sie einfach nicht vorgesehen war in dem Spiel oder in dem Modus. Ja, also vergesst es. Da wird es nie einen Speicherpunkt geben. Aber was sie machen könnten, bitte diese blöden Blaupausen, lasst die auch draußen droppen. Einfach von mir aus eben bei Kontrollpunkten, wie sonst auch. Auf Stufe 4 von mir aus, auf der höchsten Stufe und 50-50 Shares. Ja, weil 35 Blaupausen, ich fahre mich nicht in Descent. Also sorry, so viel Lack kann ich gar nicht gesoffen haben, dass ich da so viele Stunden reingehe. Ja, knappes Rage-Video. Ich bin ganz knapp davor, aber ich habe es noch im Griff. Somit, ich möchte auch eure Meinung wissen, was ihr dazu sagt. Diese Blaupausen, versteckt im Descent, gut, schlecht, hat rein in die Tasten. Ich bin sehr gespannt. Somit, ich hoffe, dieses Video hat gefallen. Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal. Charlie, du, da ist noch jemand. Was? Ich habe bis zum Ende geguckt. Es auch mehr. Was mache ich jetzt? Ja, dann sage ich Ihnen das mit den zwei Videos. Die Videos, hier, okay. Und das Abo, hier unten. Und die Glocke nicht vergessen zu drücken. Ja, und die Glocke nicht vergessen zu drücken. Ja, habe ich, habe ich gesagt, habe ich. Deine Glocke nicht trafen. Einen Ford Warning-Either. Ich möchte es mir bei mir in die Augen. Ich mache mir rein.